Einen wunderschönen, da bin ich euch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum ganz kurzen Odin war shoppen. Ich war nämlich shoppen, mal wieder. Bei Amazon. Also es wirkte ganz kurz, ich habe mir wieder mal meinen Kaktusfeige bestellt, weil das waren mal wieder alle. Und diesmal habe ich bezahlt, also ich habe es bei Amazon gekauft, bei 180 kmh.de, also war der Verkäufer. Und diesmal habe ich bezahlt 10,39€. Könnt ihr das sehen? Das habe ich mir gekauft. War jetzt noch was, was ich gekauft habe, so war jetzt eigentlich nichts, was ich gekauft habe, mitbei. Ein kurzes, knappes Video. Ich verabschiede mich auch damit wieder. Ich wollte euch halt nur auf dem Laufenden halten. Ich werde auch mal gucken, vielleicht finde ich es nochmal ein Stück billiger. Weil die letzten, die ich gekauft habe, waren immer so um 11,50€, 11,95€. Weil, wie gesagt, ich kaufe mir Kaktusfeige regelmäßig einmal im Monat. Und jetzt habe ich halt 10,39€ bezahlt. Mal gucken, wie sich der Kurs da noch verändert. Vielleicht wird es ja auch mal ein Billiger und ich finde noch einen, der halt noch 50 Cent Billiger ist. Da müsst ihr auch aufpassen, einige verkaufen das auch für 9€ noch was. Guckt da ins kleine Druckte, die nehmen dann 3€ noch was für das Versenden und so. Ich habe jetzt 10,39€ bezahlt ohne Versandkosten. Also Versandkosten, der hat Gratis-Versand. Der 180kmh.de. Also da müsst ihr echt aufpassen. Nicht, dass er da dann sagt, Mensch, ich mache ein Schnäppchen. Und dann ist es kein Schnäppchen, weil man halt Versand dazu bezahlt, dann ist man vielleicht teurer als es billigste mit bei. Okay, so, das soll es jetzt aber auch soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich, Ahoi, sagt euer Odin.